Leute, ich bin hier draußen, weil ich habe auch ein Video gedreht, und zwar das FMA mit dem Galaxy-Tornado. Ähm, ja. Ähm, ich wollte euch auch fragen, wollt ihr eine Fototour? Also, ich würde das so machen, ich filme halt und mache die Posen, ich zeige euch auch die Posen. Und dann im nächsten Video würde ich euch dann die Bilder zeigen. Und, äh, ja. Schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Und, ja. Tschüss, Leute!